Letzte Frage, jetzt steht der Sommer vor der Tür. Was machen Sie am liebsten an so einem perfekten Sommertag? Ja, also wenn es abends ist, mit guten Freunden ein Glas Wein trinken, viel Lachen, Spaß haben, irgendwas Leichtes essen, am liebsten natürlich draußen sitzen und sonst mit den Kindern mit Flipflops auf dem Spielplatz einfach spielen und die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und es einfach einen gut gehen lassen.